Liebe Freunde der Paradoxen-Strategie, ja, die letzten Kriegstage, glaube ich, sind eingeläutet. Bevor wir die Zeit weiterlaufen lassen wollen, werde ich hier nochmal eine kleine Belagerungsarmee abspalten und den Rest der großen Armeen Tanger bringen. Ich denke, jetzt brauchen wir zum Schutz der Truppen da nichts mehr Großartiges und dann sparen wir lieber die Männer. Immerhin ein Prozent Verlustquote ist ja auch dort. Und was wir, wir haben jetzt doch einen ganz guten Saldo, ich weiß gar nicht, warum das so extrem hochgegangen ist. Wahrscheinlich, achso, weil wir keine Truppen mehr ersetzen, weil wir keine mehr haben. Aber dadurch haben wir jetzt Geld und wir können unsere Mission eigentlich mal angehen und erfüllen. Wir können ein, nee nicht ein Schiff, wir können in Santo Domingo ein Gebäude bauen. Und zwar hier ein Erdwall. Das war ja unsere Aufgabe. Kostet uns 50 Dukaten und das sollten wir auf jeden Fall tun. Und ansonsten, tja, wenn ich es so ein bisschen überlegen, wollen wir das tatsächlich jetzt mal schon machen mit der Botschaft. Die kostet uns 1000 Dukaten, 1000 Dukaten. Da müssten wir ganz schön lange sparen. Aber wir kriegen natürlich eine diplomatische Beziehung mehr und die ist für unsere Situation nicht unwichtig. Eben aufgrund unserer Personalunion. Naja. Puh, 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 puh. Knifflig das Ganze. Okay. Aber machen wir erstmal weiter. Im Moment geben wir nicht viel Geld aus, sondern wir wollen hier... Ja, sehr schön. Talas und... Talas ist gewonnen. Safi ist gewonnen. Wir sind bei 62. Jetzt fallen die Provinzen wie die fliegen, wenn man das so sagen kann. Österreich verschickt weiter Warnung an alle Reichsmitglieder. Vielleicht nochmal zu dem Punkt, was ich jetzt eigentlich erreichen will. Also, ich habe mir das nochmal genau überlegt. Man sollte das ja schon mal wissen. Also, erniedrigen ist klar. Kriegsreparation. Und ich würde gerne, dass Marokko alle Ansprüche auf Kastilien aufgibt. Das kostet uns nochmal 20. Würden sie machen. Und dann möchte ich gerne, dass sie ihren Vertrag mit Lemzen annullieren, das Bündnis. Das würden sie noch nicht machen. Aber dazu kriegen wir sie auch noch. Das ist sozusagen das Ziel des Ganzen. Und damit hätten wir sehr viel erreicht. Wie ich finde. Und das werden wir auch erreichen. Denn unsere Verbündeten machen hier ihre Arbeit gut. Wir brauchen eigentlich nur zugucken. Und wir haben einen neuen Herrscher in Fuad. Das interessiert uns nicht so sehr. Ein Hoffnungsschimmer. Kennen wir das schon? Ah, wir haben Eingeborene zurückgeschlagen. Ist das jetzt der Conquistador auf der Suche nach Eldorado? Mal gucken. Seltsame Früchte und noch seltsamere Tiere gegessen. Uns Krankheiten eingefangen, die niemand jemals erleiden sollte. Und mit jedem Schritt, der uns von bewohnten Siedlungen wegführte, fürchteten wir uns mehr. Ja, das Einzige, was uns antrieb, war die Hartnäckigkeit, die Neugier und der feste Glauben an unseren Anführer, auf das er den Ort finde, nach dem wir suchen. Selbst sein eiserner Wille scheint in den letzten Tagen verschwunden, seine eiserner Wille, verschwunden zu sein. Und wäre es nicht um eine große Entdeckung in Rio das Mord, das gegangen, hätte er unseren Rückzug angeordnet. Wir haben Gold gefunden. Wow, 97 Dukaten. Sehr schön. Vielleicht können wir uns die Botschaft doch leisten. Ja, Leute, lasst uns Eldorado finden, um dann eine Botschaft zu bauen. Offenbar sind wir jetzt doch richtig in dieser Eventkette. Auf der Suche nach Eldorado hatte ich noch nie. Aber ich erinnere mich, irgendwann hatten wir schon mal sowas begonnen. Aber möglicherweise war der Conquistador dann gestorben oder wir haben das abgebrochen. Insofern lasst uns hoffen, dass er lange noch leben wird. Aber wir machen erstmal weiter. Österreich verhängt ein... Ah, Embargo gegen Frankreich. Sehr schön. Sehr, 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 sehr gut. Kriegstand ist 70. Wir warten nochmal die nächste Belagerung ab. Der Gegner bietet natürlich weiterhin Frieden an. Wo könnte das in die nächste Provinz fallen? Hier, 35%. Ja, Dukala. 73. Schauen wir uns das mal an, ob es reicht. Ja, es reicht, Leute. Es reicht. Also, wow. Erniedrigen Kriegsreparation, Ansprüche aufgeben und Vertrag mit Tlemcen aufkündigen. Ja, wir könnten das jetzt nochmal weiter durchziehen. Ich meinte, wenn sie jetzt noch viel mehr Geld hätten, haben sie aber nicht. Und... Ja... Mehr könnten wir jetzt auch gar nicht rausholen. Nation entlassen. Das ist utopisch, dass uns das noch gelingt. Provinz abtrennen. Wie gesagt, das mache ich ja nicht. Insofern sind wir... Ja, am Ende des Krieges. Und endlich mal ein Sieg auf der ganzen Linie. Hat zwar doch einige Männer gekostet. Aber insgesamt können wir zufrieden sein. Aber leider kommen wir mit 30 Machtprojektionen... Doch nicht über die angestrebten 50, aber na gut. Forderung senden. Oder können wir vorher noch... Wartet mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Jetzt mache ich noch was anderes. Wir können doch vorher noch ein Embargo verhängen. Jawohl. Na, das hat uns jetzt... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt anhält. Okay. Jetzt müssen wir warten, bis der... Ja, Marokko verweigert das auch. Ist klar. Jetzt müssen wir warten, bis wir wieder einen Diplomat schicken können. Und dann können wir den Frieden verhandeln. Oh, in Havanna werden die Truppen angegriffen. Das ist ärgerlich. Ich hoffe, sie können bestehen. Ja, sie können bestehen. Kein Problem. Kein Problem. So, los. Moin. Frieden verhandeln. 11. April. Ja, jetzt. So, jetzt kommt aber. Jetzt senden wir die Forderung. Bisschen mehr Geld noch. Wunderbar. 40 Dukaten. Forderung senden. Und los. Uh, Leute. Es ist Frieden. Es ist Frieden. Es ist Frieden. Sieben Prestige. Und alles genannte. Wir bekommen Machtprojektion. Uh, und wir haben nicht genug Rivalen. Sehe ich gerade? Verdammt. Oh. Da hätte ich ja... Hm. Das hätte ich eher sehen müssen. Dann hätte ich jetzt über die 50... Wäre ich über die 50 gekommen. Wie ärgerlich ist das denn? Na gut. Wohl an. Wohl an. Wohl an. Erstmal freuen wir uns über diesen Sieg, bevor wir uns über alles andere ärgern. Unsere Truppen ziehen wir nach Tangier und holen dann... holen sie dann nach Hause. Haben wir auch noch Truppen? Tatsächlich. Die habe ich schon ganz vergessen gehabt. Gut. Ah, erst jetzt haben wir zu wenig Rivalen, weil wir Marokko nicht mehr... England, Marokko. Ach so, weil wir im Krieg waren. Ah, alles klar. Wir waren im Krieg. Dadurch. Wen nehmen wir denn als Rivale? Das ist jetzt eine interessante Frage. Nehmen wir Frankreich? Ja, Frankreich hat uns auch als Rivalen erklärt. Ja, ich denke, jetzt manifestieren wir diese Feindschaft. Die Osmanen-Mameluken wären möglich, aber Tunesien... Nein, wir nehmen Frankreich. Das ist doch mal ein richtig hübscher... Ehrenhafter Rivale, wie ich finde. Okay, liebe Freunde. Jetzt gibt es so ein bisschen viel zu erledigen. Wir müssen unsere ganzen Einheiten wieder auseinander dividieren. Das sind erstmal die ganzen Galären, die kommen hier hin. Dann haben wir die neuen Kriegsschiffe, die kommen hier hin. Die werden wir gleich einmotten. Und dann haben wir unsere Entdeckerflotte. Und da wollen wir doch direkt weitermachen. Allerdings vorher müssen wir in einen Hafen fahren. Das machen wir nochmal gleich. Jetzt sind wir in einem Hafen. Und wir machen weiter. Wir erkunden... Ja, wir erkunden jetzt die Küste von Nordamerika weiter. Wunderbar. Die sind dort und wir legen sie mal gleich still. Brauchen wir sie jetzt? Ne, brauchen wir nicht. Gut. Das ist die Transportflotte. Die wird repariert. Sehr schön. Idee können wir investieren. Und zwar in... Ah, sehr gut. Wir können in eine expansionistische Idee investieren. Und zwar Kolonisten plus 1. Der Nachteil ist natürlich, wir sind hier langsamer. Aber wir haben eh hier plus 50%. Da ist das, glaube ich, hier besser investiert. Sehr, 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 sehr gut. Prima. Wunderbar. Zusätzliche Kolonisten. Die neue Welt ist alles Mögliche. Doch was am wichtigsten ist, sie ist leer. Nun jedenfalls lebt dort niemand, der irgendwie von Bedeutung wäre. Wenn wir die Menschen wissen lassen, wie unbegrenzt die Möglichkeiten dieser neuen Welt sind, können wir vielleicht zusätzliche Menschen zur Besiedlung dieser Gebiete annehmen. Ein Kolonisten mehr. Und das wiederum heißt, unser Kolonial Limit steigt. Und insofern sind wir jetzt auf gutem Wege. Möglicherweise die erste Kolonialnation hier zu etablieren. Und wir machen weiter, wo in... Wo machen wir am besten weiter? Hier vielleicht. Der höchste Grundsteuerwert. Lekai. Oder Leskais. Auf jeden Fall senden wir einen Kolonisten auch dorthin. Und wir haben hier Gott sei Dank noch eine Armee stehen. Das passt ja alles wieder mal wie am Schnürchen. Oder es läuft wie am Schnürchen, besser gesagt. Prima. So, die Sache wäre geklärt. Wir haben ein Saldo von fast plus 10. Und langsam muss ich mich wirklich entscheiden, ob wir nicht auf die Botschaft sparen. Und ich denke, so oft ich das jetzt wiederholt habe... Marokko. Okay. Tlemcen als Rivalen. Das ist ja lustig. Okay. Gut. Aber in dem Moment, dadurch, dass Marokko... Also Marokko ist jetzt einfach für uns zu schwach geworden. Wir können sie nicht mehr als Rivalen wählen. Das bedeutet aber auch, dass diese Erniedrigungskriege keinen Sinn mehr machen. Aber vielleicht fällt uns ja noch was anderes ein, warum wir mit Marokko Krieg führen sollten. Und hier treffen wir gleich auf eingeborener Werk. Gott sei Dank, mit 2000 sind wir da gut dabei. So, liebe Freunde, und jetzt ist die Frage, wir haben drei von zwei Anführern. Und ich glaube, ich werde diesen guten Diego, der hier seine Sache ganz gut gemacht hat, wie ich finde, den werde ich entlassen, einfach um die Militärpunkte auch zu sparen. Im Moment ist kein Krieg in Sicht. Und so ein grandioser Anführer war er ja nur auch nicht. Wenn wir mal ehrlich sind. Okay, also, du bist raus. Und wir warten nochmal mal hier, bis die 2000 da sind. Dann schicken wir die Armee rüber. Ja, jetzt sind sie da. Und bitte alle nach Andalusien, und zwar automatisch. Ich habe keine Lust, mich darum auch noch kümmern zu müssen. So, jetzt können wir einen Diplomaten noch ausschicken. Achso, wir können überhaupt mal gucken. Sind die nun endlich zu einem Bündnis bereit? Ja, tatsächlich. Wow. Wir haben es geschafft. Burgund ist ja weg. Alles klar. Dann, Bretagne, komm an unsere Seite. Prima. Das gefällt mir gut. Und wir haben sehr Kriegsbeute. So, Bretagne ist auf unserer Seite. Da sind wir auf Maximum. Ah ja. Das, was ich eben schon vorausgenommen habe, ist jetzt passiert. Ich dachte, das wäre schon passiert. Marokko kann nicht mehr unser Rivale sein. Oder ist nicht mehr. Aber ich kann sie wählen. Warum das denn? Was passiert, wenn ich sie wähle? Oder ist diese Rivalität nur auf eine bestimmte Zeit angelegt? Bin ich mir gar nicht so sicher. Nur dann wählen wir mal wieder Marokko. Finde ich okay. Können wir ja... Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Jetzt ist auch das Bündnis mit Lemzen aufgelöst. Sie sind rivalisiert mit Lemzen. Das macht das Kriegführen einfacher. Aber ich denke, Marokko wird unser Dauerkampfplatz werden. Um unsere Truppen auch so ein bisschen im Training zu halten. Daran muss man ja auch denken. Stichwort Militärtradition. So, und ich bin ein bisschen immer noch am Hadeln. Spare ich jetzt auf die Botschaft. Im Moment habe ich ein richtig gutes Einkommen. Und man könnte es eigentlich jetzt mal machen. 13. Wow. Auch durch die Kriegsreparation bekommen wir richtig schön Geld. Plus 4. Hier steht aber plus 1. Warum steht da plus 4? Trotzdem könnte man es machen. Ich glaube, ich spare jetzt auf die Botschaft. Und die Mission ist erfüllt. Santo Domingo ist befestigt. Sehr schön. Und wir können eine neue wählen. Und wir können die Reconquista fortsetzen. Melia, wollen wir nicht. Alter Grazia, können Sie bauen Tavanna zu einer Stadt aus. Na klar. Ah, das machen wir doch. Ist in unserem Interesse. Okay, liebe Freunde. Pizarro hat auch schon wieder seine Mission beendet. Was hat er denn hier erkundet? Ah, die komplette Küste von Nordamerika ist uns jetzt bekannt und immer noch kein weiterer Europäer zu sehen. Das finde ich schon erstaunlich, was wir hier für einen Vorsprung haben. Ah, Portugal. Wer hätte es gedacht? Portugal ist da. In Südamerika. In Südamerika. In Südamerika, so wie es sich gehört. Aber das finde ich schon ganz in Ordnung. Wie sieht es eigentlich hier aus mit dieser hübschen kleinen Insel, Fernando Po? Bin ich da schon in Reichweite? Nee, noch lange nicht. Und das. Hier ist Portugal, Goldküste. Hm. Naja. Konzentrieren wir uns mal hier rauf. Gut. Achso. Wir wollen weiter erkunden. Auf jeden Fall. Das macht Spaß. Irgendwann können wir auch mal die Welt umseglung. Aber das geht erst mit diplomatische Technoien. Aber das ist natürlich eine feine Sache. So. Afrika weiter erkunden. Oder erstmal, ich denke mal, diese unschönen weißen Flecken. Die werden wir jetzt erstmal beseitigen. Und dann widmen wir uns Afrika. So, Mzapp hat jetzt ein Bündnis mit Marokko. Das ist überhaupt kein Problem. Venedig wird gewarnt. Oh, was ist hier los? Böhm ist im Krieg mit Ungarn. Ja. Und Savoyen. Und was macht der Krieg hier? Die sind immer noch im Krieg. Wow. Okay. Und Calais ist aber inzwischen in der Hand von Frankreich. Und damit tickt der Kriegssähler hoch. Ich vermute, dass sie natürlich nicht aufs Festland kommen. Aber das wird interessant. Reicht der Kriegssähler? Reicht es, um Calais dann am Ende zu bekommen? Na, wenn sie lang genug warten, bestimmt. So, La Sabana wird kolonisiert. Sehr schön. Und jetzt werde ich mal nicht eine dritte Kolonie aufmachen, sondern erstmal, wie gesagt, auf die Botschaft sparen. Das ist das Ziel der Stunde. So, die Freunde aus Aragorn schaffen es noch nicht so schnell wie ich, unsere Truppen zurückzuholen. Mhm. Und insofern ist jetzt eigentlich alles im grünen Bereich, wenn ich das recht sehe. Die Wasser von Sevilla sind erkundet. Und wir haben schon wieder diese Whisky-Diebe. Eigentlich eine schöne Sache. Was wollen wir haben? Was wollen wir haben? Ich meinte, technologisch brauchen wir eigentlich administrative Technologie, weil wir auch Spanien gründen wollen. Hier ist natürlich die Kolonialreichweite hochinteressant, weil dann könnten wir vielleicht schon Fernando Poe erreichen. Oder wir schielen jetzt hier auf eine weitere Idee. Die zusätzliche Händler ist natürlich wertvoll. Schnellere Kolonisten ist auch wertvoll. Aber nee, ich orientiere mal eher hier auf Flottenambition 7. Also nehmen wir... Sie haben das Auspeitschen nicht verdient. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte gerne... weiter erkunden. Und zwar noch mal die... Nordseegewässer. Gut, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Prima. Oh, in Havanna gibt es einen Aufstand. Aber Gott sei Dank haben wir da ausreichend Leute. Mit 2000 kommt man offenbar klar. Ja, das freut mich. 214 gibt es dort schon. Und die nächste Erkundung ist beendet. Und damit, liebe Freunde, haben wir den gesamten Nordatlantik erkundet. Und können uns dann Afrika widmen. Ich denke mal, damit wir es nicht vergessen, werde ich das schon mal einloggen. Da wird er zum Cup der guten Hoffnung vielleicht fahren. Ja. Und außerdem ist das ein würdiges Ende, finde ich, für erstmal diese Staffel wieder. Danach geht es... Jetzt geht es mit Cruiser der Kings weiter und den Schotten in unserem Rollenspiel. Let's play. Ja, ich denke, wir sind hier sehr weit mit den Kolonien gekommen. Unser Krieg in Marokko war erfolgreich. Wir haben eine außenpolitische Wende organisiert und Frankreich, glaube ich, durch unsere Zusicherung und unser Bündnis mit Britannien einen Stachel ins Fleisch gesetzt. Österreich ist stark geworden. Wenn wir eine Botschaft haben, werden wir uns mit denen verbünden. Ja, eigentlich läuft alles so weit nach Plan. Die Engländer sind noch offenbar nicht in der Lage zu kolonisieren. Nur unsere Freunde, die Portugiesen. Tja. Sieht ganz interessant, anständig aus. Und mal sehen, wann wir dann auch Spanien gründen können. Aber das geht erst, glaube ich, mit Technologiestufe... Was war es nun mal? 10. Ja, administrative Technologie. Das wird also noch ein bisschen dauern. Insofern, wir haben doch noch viele, viele Pläne. Vieles, was wir vorhaben. Ich glaube, das wird noch ein interessantes Spiel. Bleibt dabei. Ich freue mich drüber. Bis dann. Macht's gut. Euer Steinbein.